Sanktioniertes Öl fließt nach China. Russland steigt auf zum größten Öllieferanten für China. Russland steigt aktuell auf zum größten Öllieferanten für China mit 107 Millionen Tonnen in 2023 und überholt damit Saudi-Arabien deutlich. Von Claudio Kummerfeld. Das Thema Sanktionen sehen die einen so, die anderen so. Hier ein Überblick der EU-Maßnahmen infolge des Angriffs auf die Ukraine. Gar keine Sanktionen gegen Russland wären das falsche Signal. Und einen gewissen Effekt spürt das Land ja auch. Man kann seine Rohstoffe oft nur gegen Preisabschläge im Ausland absetzen und westliche Technologie muss man stark verteuert über Drittländer ankaufen. Also gibt es einen Preis, den Russland zahlt für die westlichen Sanktionen. Aber in Sachen Mengenabsatz, da scheinen die Sanktionen gegen Russland wirkungslos zu verpuffen. Den vollständigen Artikel können Sie auf Finanzmarktwelt.de lesen.